Eieiei! Ich muss jetzt gleich Technik ändern. Nein! Ja! Eieiei! Jetzt wird es Zeit. Hast du eine Chance? Dieser Plus-Technik ist unglaublich. Oh! Den hätte er sogar reingemacht. Das war knapp. Das ist schon mal. Das war's. Klicke auf. Klicke auf. Der Klicke auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eieieiei. Nee, es langt nicht mit Latte. Der will das weiter. Der Robert macht dreimal Latte. Habe ich einfach mit der Latte. Dann habe ich gewonnen. Ui. Hat er geschlafen, der Torwart. Ja. Wir machen immer so. Erst damit der Profi dann denkt, er gewinnt. Und dann der Zweite. Oh. Technik war gut. Eieieiei. Wir nennen das Video, wie oft treffe ich die Latte. Ja. Aber das ist zwei Tage nach dem Spiel immer das Schwierigste. Das ist immer. Ja. Du fällst per Prozent und dann… Nein, geht nicht. Guck mal. Ein Tor mehr geht nicht. Komm, zeig. Jetzt guck. Nein. Jetzt weiß er. War nicht gut. Ja, okay. Gut gehalten. Ja, okay. Aber er sieht es jetzt. Er weiß, wohin ich schieße. Er hat sich durchschaut. Ich kriege jetzt kein Tor. Aber er kann nicht spekulieren. Oh. Anstoß? Ich tippe vorher, wenn ich so richtig liege, wohin du schießt oder was du triffst, dann gibt's einen Tor für mich. Okay. Okay. Das ist dein eigener? Bei FIFA. Ich weiß nicht. Habe ich richtig gespielt. Wer spielt bei euch FIFA am meisten? Oder spielt ihr gar nicht? Aber nur zu Hause. Sonst… Ich dachte so, dass ihr irgendwann sagt, kein Training heute, nur FIFA. Das wäre richtig cool. Ah, das ist zum Aufwärmen. Richtiges Drama hier am Ende. Boah! Ich habe Nachspielzeit. Oh! Oh! Was war los mit dem Torwart? Jetzt geht's darum, wer als Erster von uns trifft. Oh! Das ist lustig. Ich habe vor einem Jahr genau so ein Tor gemacht. Ja? Genau gleich? Genau von der Position. Genau eins zu eins. Jetzt mache ich einfach nochmal das Gleiche. Ja. Mach! Puh! Weiß! 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 So weich! Bist du? Weiß! Wenn der Torwart spekuliert, kann man halt cool in die Ecke schießen. Ja, stimmt. No! Oh! Nein! War gefährlich. Ich habe ihn schon drin gesehen. Nein? Dann müssen die Zuschauer entscheiden. Ja! Oh! Die letzte! Die letzte! Die letzte! Die letzte! Noch einmal! Der Torwart gibt schon auf. Er will schon die Handschuhe aus. Ja, er will schon nach Hause gehen. Ich hätte jetzt schießen müssen, einfach direkt. Ja, jetzt ist halt der Druck zu hoch. Ja, jetzt gewinnt der Schalke Tor, wenn du triffst. Nein! Er ist weg! Da sich der Gewinner vom Schalke Gouey für ein alternatives Paket entschieden hat, gibt es hier dieses Blackout-Paket nochmal zu gewinnen. Zu gewinnen gibt es den schwarzen New Balance 4 und 2, die noch nicht veröffentlichte Freekickers Blackout Cap und den Puma Future. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr den Kanal abonnieren, das Video liken und in die Kommentare schreiben, welchen Spiele ihr in diesem Video am besten fandet. Hinterlasst am besten noch euren Instagram-Namen, damit ihr euch kontaktieren könnt. Und falls ihr Bock habt auf das neue 6-Millionen-Shirt, checkt den Link in der Videobeschreibung oder klickt links auf den Button. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!